Warum eigentlich vier Wochen Adventszeit? Nun, die vier Wochen stehen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen, laut der Bibel, nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten. Ursprünglich ging die Adventszeit sogar mal über vier bis sechs Sonntage. Erst Papst Gregor der Große hat die Anzahl dann auf vier festgelegt.